Es war unglaublich, ich habe noch nie sowas gesehen. Ununglaublich, also jederzeit wieder. Wahnsinn, sensationelle Show. Also ich gratuliere zu dieser Performance. Unglaubliche Künstler, unglaublicher Gesang, Gregor Glanz, Hammer, mir jetzt weggekommen. Danke für den Abend. Es hat echt meine Erwartungen total übertroffen. Es war einfach klasse. Mega, eine mega Show. Super. Ja, wir sind ja so weit gefahren, aber das würde ich immer wieder machen. Wir sind bis von Monaco hierher gefahren. Fantastisch, muss ich sagen. Fantastisch und man könnte nur stolz sein, dass man Tiroler hat, dass er das auf die Beine stellen kann. Alles klassische Unterhaltung, hätte ich gesagt. Wirklich, super. Sensationell, genau wie man es erwartet hat. Ein Traum. Wir haben eigentlich alles sehr gut gefallen. Sehr, sehr beeindruckend waren natürlich diese Handstandartisten, aber ich muss sagen, alle waren sie perfekt. It's up to you, New York, New York, New York. Erster Eindruck, Las Vegas in Tirol. Hallo, sowas hat Tirol gebraucht, oder eigentlich Europa, sagen wir mal so. Also, anders stellen wir es drüben auch nicht vor. Finde ich ganz geil, dass die Roller das auf die Füße stellt, dass es bei uns sowas gibt. Nein, war total cool. Also, wir sind total begeistert und super. Ja, super. Genial wie immer. Gregor Glanz kennt man ja schon seit längerem, aber das war wirklich ein Höhepunkt, das muss man echt sagen. Ich bin immer schon Gregor Glanz-Fan, aber was er heute auf die Beine gestellt hat, ist absolut, absoluter Wahnsinn. Gratuliere dem Gregor von ganzem Herzen. Wahnsinn, es war so toll. Wir sind echt aus München hergekommen, wir den Gregor sehr schätzen und den Kids, wir schon so oft gesehen haben. Eine ganz tolle Show mit ganz tollem Artist, ganz tollem Gesang, wie immer. Ganz toll. Und ich habe einen Schal bekommen vom Elvis. Ein super Abend, tolle Künstler, super Unterhaltung und der Gregor und sowieso war Wahnsinn. Was der ist auch so toll? So toll. So toll. So toll. Alles gleich. So toll. Vielen Dank.